hallo freunde willkommen zu einem neuen spiel dass ich mal testen werde und zwar zu gloomwood das spiel ist ein stealth game so wo man rumsneaken muss also rumschleichen muss und es soll so ein paar thiefelemente haben und ich lasse mich mal überraschen ja so gibt es halt leider nur auf englisch das ist halt hier gibt es keine deutsche version also keine deutsche option das heißt wir werden hier erst mal uns zurechtfinden müssen mit der englischen version for players who are unfamiliar with survival horror or just want to explore for players looking for a well balanced experience ja das ist ausgeglichen das nehmen breitners okay man muss am besten auf 20 so gut schauen wir mal ich weiß gar nicht was überhaupt geht kann ich mich schon bewegen was aber ich kann mich schon bewegen alles sehr düster wo junger hans man jäger das war ein jäger hier ist rsd to move use mouse to move camera ja und brought here of all places Well, if you listen to me, you may yet survive this night. Here, this ring should help you stay out of the light. You have many enemies here. The darkness will shroud you from them. There's no time, no way to stop to pick that up. The gods will be back soon. Okay, I have no idea who that was, but... Look for the old lighthouse on the coast. I have left instructions there. Okay, what I'm looking for should I be looking for? I'm a doctor on the coast. There is more to this city than you can possibly imagine. Oh. Okay. Okay. A little bit more to see. Not so much, but... Der Ring zeigt an, wie, äh, sichtbar ich bin, ja. Äh, Waffen und so habe ich noch nicht. Aha. Okay. Oh, scheiße. Schnell weg hier. Oh, er kommt zurück. Scheiße. Äh, habe ich heute keinen Fehler. Woodsman, 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 Holzfäller oder was? Die sehen aber komisch aus, diese Kreaturen. Und dann, äh, wie kann ich das Ding öffnen? Ah, auf F. Okay, dann werde ich mal hier runtergehen. Stepping and landing on soft surface, surface is quieter than a hard one. Okay, logisch. Also wenn ich auf, äh, weicheren, auf weichem Untergrund drauf springe, ist, äh, macht es weniger Geräusche als wenn ich jetzt auf harte Untergründe springe. Äh, hope space to jump and mantle up onto ledges. Alter, sieht sie aus. Äh, wo soll ich hier hoch springen? Hier? Ah. Die Koffer aufbauen jetzt, okay. Hey, Doc, they put your fancy sword and things in the room back there. They musta be there, if the wraps haven't gotten to it. View of the lift buttons weren't working right, so I've taken them to my workshop down the hall. Ah. Der Knopf muss irgendwo unten sein. In der Werkstatt. Okay. 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 Hier ist zu. Lasche kann ich nehmen. Oh, scheiße. Äh, F to steal the key of the guard. Okay. Dann warten wir mal ab hier. Nicht, dass es sich jetzt umdreht. Fischerry Power Room. Pff. Was muss der hier sein? Ne, Supplies. Das ist der Sonderer, oder? Äh, Fischerry Power Room. Äh. Hä? War das der Raum da vorne vielleicht? Na, ich muss nochmal gucken. Hm. Hm. Ja. Könnte auch der hier sein. Oh, ne. Dann bin ich hier falsch. Warte mal. Hm. hier konnte ich noch mal rein da war das mit der wache leicht dahinten irgendwo halte wie soll ich hier vorbeikommen okay erstatt nur die wachen die wand an das ist natürlich gut für mich so power room die war auf laut floor surface surface like metal metal metallböden sind natürlich viel lauter klar spritze karte wo bin ich jetzt hier workshop freezer railway washroom killing floor break room dining training pool keine ahnung wo ich es gerade bin kann ich das ausschalten aufs lost the crank to the power generator set a spine eel came right up and took it off him try to wrestle it from its jaws and wicked teeth as long as your finger sure either way it's coming out of his pay i send a request to the metal smith in the market plaza to make a new crank in the meantime da fehlt also irgendwas hier irgendein aal eel also ein aal hat irgendwie den hebel oder so das ding da gestohlen und ich hab den stock ey geil ey cool so jetzt hat er abgespeichert geil ich hab ein schwert alter auch ist das munition oder was ähh ein kopf alter eine ratte hallo ratte guck mal an ok ja das war hier kann ich abspeichern das geht natürlich nur von an dem phonograph okay wie funktioniert das überhaupt mit dem zuschlagen ich habe jemand gesprochen alter das dauert aber ganz schön lange kann ich ihn aufheben ja ich weiß mal hier in die dunkle ecke und ich habe die ratte befreit okay so was haben wir denn noch hier das essen ja irgendwie inventar oder so sein koffer hechse examine an empty can labeled with a crop fishery stickt aha the inside of the can is stained with a slimy mass residue oder wie man das ausspricht keine ahnung also irgendwie ein schleimiger belag oder so kann man sagen so wahrscheinlich ein verwesel fisch was weiß ich wo sehe ich meinen was ist das da eigentlich a vapor filled round for the flare pistol ah eine pistole habe ich noch nicht kann extinguish fire resources das ist so wie der wasserfeil bei thief das ding ist mit wasser gefüllt oder so auch nicht schlecht a cap for button presser can be used to repair certain devices und wir brauchen für den aufzug brauchen wir ja so einen knopf also haben wir den knopf schon gefunden würde ich sagen wo sehe ich meine gesundheit ich sehe meine gesundheit leider nirgends naja gut das ding fehlt immer noch oh ein gefangener oh hat eine axt drin hinter der schulter oder was brustkorb leere flaschen keine ahnung was ich brauche der wurde auf jeden fall getötet der typ hat aber nichts bei sich oh ist hier dunkel alter kann ich eine fackel nehmen nee scheiße boah ich habe keine ahnung wo wo ich hier hinkomme vielleicht sollte ich nochmal abspeichern vorher ne ich speichere nochmal ab hier so so ein aal hat dieses ding gestohlen dieser mechanismus oder ja wo finde ich jetzt ein aal das ding steht unter wasser warte mal ich komme auch nicht weiter runter ok da oben scheint irgendwie ein aufzug zu sein oder so ja gut ok werde ich mal den aufzugknopf da reinstecken hier komme ich immer noch nicht rein wahrscheinlich ne ah Kissen kann man kaputt machen ok ok was soll ich mit der mit der flasche anfangen was soll ich mit der mit der flasche anfangen wo ist der jetzt scheiße da habe ich entdeckt oh der hat eine schrotflinte oder sowas scheiße der wird mich wahrscheinlich killen jetzt ok ok jetzt hat er sich abreagiert aber der wird mich bestimmt sehen ich brauche nochmal eine flasche warte mal wie geht das nochmal äh nicht rub die brauche ich doch so hinstellen genau ok nochmal das ganze die jouw diese 8 2 ein Oh, Junge. Kann ich dem seine Waffe nehmen? Wo ist die Waffe jetzt? Hab ich die aufgehoben? Nochmal. Äh. Wie wechselt er jetzt nochmal das Zeugs? So, genau. Ne, Waffe hab ich nicht. Scheiße. Kann ich die Dinger gar nicht aufheben oder was? Diese... Der hat doch die Waffe hier noch. Doch, natürlich. Ah, es ist voll. Scheiße. Ähm. Vielleicht soll ich mal Platz machen hier. Vielleicht ein bisschen Ordnung schaffen. So. Okay, probieren wir das gleiche nochmal. Sag ich doch. Geht doch. Äh. Ein Schuss. Oh Gott. Ein Schuss. Äh. Unload. Ne. Kann ich das irgendwie... Äh. Irgendwie, äh, ausrüsten? Ne, macht er nicht. Äh. Aber ich glaub, ich hab... Ich bin schon ziemlich verletzt. Weil... Der Rahmen ist, äh... Etwas rötlich. Das heißt, ich muss hier mal Medizin nehmen oder so. Scheiße, ey. Äh. Das hier. Oh ja. Okay. Oh. Da hängt jemand. Ah, das war das. Da war ich doch eingesperrt. Der Anfangspunkt. Oh, da steht noch einer. Scheiße. Äh. 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 Tja, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss da irgendwie zu dem Typ da. Aber er ist halt gefährlich, ja? Äh. Woman, middle-aged, sickly, found wandering the streets alone, send ransom demand to addresses found in purse, no reply, dump the corpse in waste pit. Oh, woman, young, found hiding in suit? Start for two days to gain information about surviving. Aha, okay. Man was belligerent refused to cooperate even under duress. That to the hounds. Also das ist wahrscheinlich eine Folterliste oder sowas. Vielleicht sind das auch irgendwelche Dämonen oder so. Keine Ahnung. Die würde die, die die ganzen Leute da killen wollen. Äh. Die Frage ist jetzt nur, wie rüste ich... Wie rüste ich das Ding aus? Das Gewehr. Kannst du mir ein Rifle, ja? Aber... Cannot be handled by average humans. Ach so. Dann mache ich Unload. Dann habe ich wenigstens die Kugel. Und dann schmeißen wir das Ding da Trap weg. Wenn ich das eh nicht benutzen kann, dann bringt mir das auch gar nichts hier. So, da vorne ist auf jeden Fall noch einer. Oh. Ja. Oh. Ah, er ist weg. Okay. Da steht er. Wie kriege ich den jetzt weg hier? Eigentlich müsste ich... Ja, ich könnte rausgehen. Wenn er jetzt aber reinläuft, dann habe ich Probleme, Alter. Ich müsste irgendwie... Schnell ins Dunkle. Hier sind sogar Kisten, Alter. Geil. Aber das wird er wahrscheinlich hören, wenn ich jetzt die Kisten da kaputt mache. Kann ich da hoch? Hört er mich dann, oder? Ah, ich kann nur runterfahren. Schade. Ah, geht nicht. Scheiße, geht nicht. So, mal hierbleiben. Nee. Scheiße, 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 scheiße. Was mache ich denn jetzt? Kaputt schlagen. Wird er wahrscheinlich hören. Ah, so geht das also. Hat er schon was aufgehoben, oder? Ah, cool. Und Kohle, ja. Ja. Ah, ich könnte das Ding mitnehmen. Ein bisschen weiter weg. Scheiße. Soll ich mich von hinten anschleichen? Aber die waren zu zweit, habe ich vorhin gehört. Die waren zu zweit. Ah, ich gucke mal. Vielleicht schaffe ich es ja, den zu killen. Oh, scheiße. Oh, oh. Oh, das war nix. Das war nix. Geiße. Hab ich noch, äh, Medizin oder so? Wahrscheinlich nicht. Naja, okay. Battenbolt. A blunt rubber filled round for the flare pistol. Ja, ich hab keine Pistol, Alter. Ich brauch erstmal ne Pistole. Oh, jetzt kommen sie. Mach bitte wieder die, die, äh... Bitte verschwindet. So, jetzt ist er weg. Wenn der mir noch vor der Tür steht, Alter, dann hab ich Probleme. Ah, ne Spritze. Sehr schön. Können wir gleich nehmen. Gut. Komm ich was? Ne. So, ich geh mal wieder zurück, weil, äh, hier komm ich definitiv nicht weiter. Der Aufzug funktioniert nicht. Und... Ja, keine Ahnung. Mal gucken, wo es hier lang geht. Kann ich hier runterhubsen? Weil der... Ne, viel zu tief. Gut. Äh, ach, guck mal an. Guck mal einen an. Äh, was ist das? Ein Haken? Ah, guck mal einen an hier. Ah, guck mal einen an hier. Äh... Äh... Ja. Und nun? Ah, warte mal hier. Kannst du jetzt einfach springen? Ist das nicht gefährlich? Oh, krass. Alter, alter. Ähm... Überall toter, ey. Äh... Okay. Kann ich jetzt da auf, äh, das Dach springen oder was? Aber wenn ich draußen bin, dann ist das saugefährlich. Soll ich hier rauf springen oder... Oh, Junge, ey. Ich hasse was. Ne. Ah, okay. Toll. Aber ich springen wollte er nicht. Ah, so geht's auch. Da liegt mich irgendwas auf dem Dach, hab ich gesehen. Ah, okay. Patronen. Oh, oh. Oh, scheiße. Ne Spritze hab ich jetzt keine mehr. Und ich glaub auch nicht, dass er so weit springen kann, dass er da wieder zurückkommt. Das heißt, ich muss hier weiter. So, hab ich keine Pistole, alter. Was ist das für ne... Für ne Kacke, Alter. Ich glaub ich, keine Pistole. Oh, was haben wir denn hier? Das ist doch der gleiche Raum. Ja, genau. Das ist... Da war ich doch schon. Eine weitere Spritze. Sehr gut. Sollen wir den da rum noch blatt machen oder... Da scheint irgendwas vielleicht drin zu sein. Aber das könnten auch mehrere Gegner sein, ne? Äh... Und wie komm ich auf die andere Seite jetzt? Ist da irgendwie weitergekommen? Oh. Ja. Ich versuch den zu killen, aber wie gesagt, wenn er schießt, würden das die anderen auch. Dann komm ich nicht weg. Das heißt, ich kann hier... Ne, aber das ist zu hoch. Der Aufzug funktioniert da auch nicht. Äh... Scheiße, ey. Alter, was geht hier ab? Äh... Junge, das Licht. Scheiße. Äh... Äh... Oh, scheiße. Alter. Äh... Junge. Wo kommen die plötzlich her? Das sind auf jeden Fall noch mehr. Oh, nee, alter, bitte nicht. Scheiße, alter. Tot. Tot, 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 tot. Toter als tot. Okay, Leute. Ich werde das Ganze mal beenden. Oh, hier geht die Tür auch noch auf. Also, das habe ich gar nicht, äh... Eigentlich gemacht vorher. Äh... Ah. Until the sword. Ah. Das geht auch. Okay. Ja, gut, Leute. Wie gesagt, das Spiel ist interessant. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich werde das in dem nächsten Teil sehen. Ich muss das ein bisschen cleverer anstellen dann. Jo. Dann sehen wir uns im nächsten Teil, Leute. Bis dann. Dann.